Der Nähprofi Moin Moin, willkommen beim Nähprofi. Ja, mein Name ist Fred Lange und ich möchte euch heute gerne mal die Gritzner 788 zeigen. Eine Maschine, die zwar eine Einsteigermaschine ist, aber von den Leistungen her durchaus auch für den gehobenen Bereich geeignet ist. Heute geht's mal los mit dem Einfädeln. Wir fangen mal an. Da gibt's die unterschiedlichsten Aussagen. Der eine oder andere sagt, unbedingt von links nach rechts einfädeln und von der Mitte nach außen oder so. Ich bin der Meinung, das spielt gar keine Rolle. Wichtig ist nur, dass so bestimmte Dinge beachtet werden. Die werde ich im Laufe dieses Videos mal erwähnen, beziehungsweise euch zeigen, worauf ihr achten müsst. Wir fangen jetzt mal mit dem linken Nadelfaden an. Wir haben hier mal ein schönes rotes Garn heute mal rausgesucht. Hier oben einmal durchfädeln. Es ist auch nicht verkehrt, das ein zweites Mal mit durchzuziehen. Hat den Vorteil, dass die Schlaufen, also diese verdrillten Stellen, die manchmal so beim Nähen oder beim Abziehen des Garns entstehen können, dass die so ein bisschen rausgezogen werden. Dann die Führung hier. Wichtig ist beim Einfädeln. Also es gibt zwar hier einen Drücker seitlich, mit dem man die Spannung locker schalten kann. Ich persönlich finde es aber zu umständlich, hier zu drücken und dann den Waden da entsprechend zwischenzuziehen. Ich achte einfach darauf, dass ich den Faden hier stramm genug dazwischen ziehe. Also richtig stramm runter drücken. Dann merkt man auch am Zug, wenn man hier am Garn zieht, dass eine gewisse Gegenspannung da ist. Sollte der Faden hier nur locker drauf liegen, dann geht das viel zu leicht nachzuziehen. Also wirklich stramm zwischenziehen. Dann hier rum, über diesen Fadenheber. Dann wieder diese Führung. Und dann am besten abschneiden, damit man vernünftig einfädeln kann, weil wenn das Garn ausgibt kannst, ist das dann wirklich schwierig. Ich verwende gerne diesen Einfädler. Den zeigen wir euch in einem anderen Video auch gerne nochmal ausführlicher. Der Faden wird hier einfach zwischengeklemmt. So. Und man drückt das ganze Teil gegen die Nadel. Und schiebt vorsichtig runter mit einem leichten Druck, sodass der Faden da durchgezogen wird. Das Ganze kann man dann mit der Prinzette oder mit den Fingern nach hinten legen. Hier legen die Fäden dann am besten unter das Füßchen. Da gibt es jetzt verschiedene Möglichkeiten. Füßchen anheben und hier seitlich vorbeilegen. Man kann es auch nach hinten legen und da vorbeiziehen. Aber ich denke, dies hier finde ich es am einfachsten. Was auch eine Option ist beim Einfädeln, gerade wenn man am Anfang vielleicht noch ein bisschen unsicher ist. Und dieses Messer hier, das ist ja immer so ein bisschen der Weg. Ich habe hier auf der linken Seite einen Schalter, den kann ich umschalten und kann das runterdrücken. Dann brauche ich da nicht dran vorbeilegen. Das kann man während des Einfädels durchaus machen. Und dazu müsst ihr hier auf der anderen Seite diesen Hebel hier betätigen. Das könnt ihr auch gleich wieder zurückschalten, weil nachher zum Nähen soll es ja wieder nach oben. Dann machen wir mal den zweiten Faden. Auch hier wieder dahinter klemmen und darauf achten, dass der Faden hier strim zwischengezogen wird. Dann hier vorne einmal umlegen, über diesen Hebel. Auch jetzt wieder hinter die Führung legen. Und das gleiche Spiel nochmal mit dem Einfädler. Nur jetzt eben für die rechte Nadel. Wir nehmen den Einfädler zur Hand, legen den Faden dazwischen, drücken das Ganze vorsichtig gegen die Nadel und schieben an der Nadel runter, bis das durchrutscht. Jetzt verwenden wir die Pinzette zum Durchziehen. So, da ist sie hängen geblieben. Und das Ganze unter das Füßchen legen. Und darauf achten, dass es hier nicht an der Greifelspitze hängen bleibt, sondern dahinter rutscht. Dann haben wir die beiden oberen Fäden eingefädelt. Jetzt kümmern wir uns um die beiden unteren Fäden. Den linken und den rechten Greiferfaden, beziehungsweise den oberen und den unteren Greifer. Dazu haben wir hier in diesem Fall jetzt mal ein Bauschgarn verwendet. Das Bauschgarn hat halt den Vorteil, dass es etwas mehr aufbauscht und dadurch die Naht mehr füllt. Sieht optisch ganz klasse aus. Das verwendet man in der Industrie, hauptsächlich bei Bademode, Unterwäsche, also Sachen, wo praktisch Hautkontakt da ist. Dieser Faden darf übrigens nur für die Greiferfäden verwendet werden, nicht für die Nadelfäden, weil das sonst praktisch der Greifer würde diesen Faden treffen und aufhängen bleiben können, sozusagen. Auch hier wieder darauf achten, dass der Faden stramm zwischengezogen wird. Also ruhig so ein bisschen darauf achten, dass er dazwischen ist. Dann haben wir ja hier alles schön farblich markiert. Wir haben jetzt den grünen Punkt hier, den wir einfädeln müssen. Dann ist hier auch nochmal ein grüner Punkt, da legen wir den Faden hinter. Dann hier oben. Und dann haben wir den oberen Greifer, den wir hier mit dem Handrad etwas verstellen können. Und hier müssen wir jetzt eben auch einmal durchfädeln. Dieses Loch ist relativ groß, wir müssen also da jetzt kein Einfädler oder so verwenden. Beim Baustand ist das allerdings ein bisschen schwieriger, weil es eben etwas mehr aufträgt. Also von daher fädel ich das immer ganz gerne mit der Pinzette ein. Auch hier wird der Faden dann einfach unter das Füßchen gelegt. Und jetzt kommen wir zu dem letzten Faden. Und bei diesem Faden gibt es eine kleine Besonderheit, die ich gleich noch erwähnen werde, die letztendlich das ausmacht, ob es funktioniert beim Nähen oder nicht, weil man da eine Kleinigkeit falsch machen kann. Auch hier fädel ich eben gerne wieder eine Doppel durch, damit sich eventuell verdrillte Stellen einfach glattziehen kann. So, hier hinterlegen, hier runter, dann bis da. Hier haben wir jetzt zwei gelbe Künfte, das heißt, wir legen das unter beide Hebel, über diesen Bügel hier. Und jetzt haben wir diesen Greifer, den wir ganz nach rechts rüber drehen. Also der linke Greifer, dieser hier, den können wir ganz nach rechts rüber drehen. Also auf diese Position. Und ich persönlich mache es gerne so, dass ich erst durch den Greifer fädel und danach hier in diese Funktion. Das zeige ich aber jetzt mal zur besseren Darstellung andersrum. Das heißt, man legt den Faden hinter diese beiden Bügel. Nehmen wir die Konzepte zur Hand, damit ich nicht meine dicken Finger dann weg habe beim Video. Also hier hinterlegen, hinter diese Nase und auch hinter diese Nase. Ich hoffe, man kann das einigermaßen erkennen. Und jetzt nehme ich hier diesen Hebel, ein bisschen klein, und drücke das Ganze nach hinten. Und jetzt ist der praktisch hinten in so eine Führung reingesprungen. Also das hier vorne brauche ich jetzt gar nicht weiter berücksichtigen, der Lüchter so. Das stört auch nicht. Der ist also hinten in dieser Führung. Und jetzt muss ich den natürlich noch vorne durch die Greifelspitze fädeln. Also geht es auch da wieder mit der Zeit jetzt zur Hilfe. So, und hier ist jetzt wichtig. Ich darf den Faden nicht über diesen hier, also einfach so nach hinten ziehen, sondern ich muss ihn oben drüber legen. Entweder oben nach hinten legen oder zur Seite legen geht auch. Aber er darf nicht hier unten zwischen geraten. Weil sonst näht man nur so 2-3 cm. Also wenn der Faden jetzt beispielsweise hier zwischen käme, so, dann würde ich nach 2, 3 oder 4 cm würde der Faden wieder reißen. Also wichtig, Faden entweder oben drüber über den Greifer oder was mir eigentlich persönlich lieber ist, einfach hier unter das Füßchen legen. So, jetzt ziehe ich das Messer wieder nach oben. Ich habe hier vorhin den Hebel hier wieder zurückgeschaltet, dass es wieder einrastet. Hätte ich das nicht gemacht, dann würde das jetzt hier praktisch nicht arbeiten. Das würde immer hinterher rutschen oder beziehungsweise wo unten bleiben. Ich raste das also jetzt hier mit dem Hebel wieder ein. Und jetzt kann der, dieses Messer auch den Faden nachher erhält, beziehungsweise nicht den Faden, sondern den Stoff abschneiden. Jetzt machen wir mal eine kleine Nähprobe, ob das Ganze auch so geklappt hat. Weil jetzt sollte sie ja eigentlich nähen, wenn wir es korrekt gemacht haben. Okay, nehmen wir mal ein Stückchen Stoff. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Viele verwenden diesen Stoffdrücker, legen den Stoff runter praktisch und machen das Füßchen runter. Ich persönlich lasse das Füßchen am liebsten gerne gleich unten und hebe einfach hier diese Nase so ein bisschen an. Hier vorne und schiebe den Stoff da runter. So, jetzt nähen wir mal. Das sieht gut aus. Jetzt gucken wir uns mal die fertige Seite, die genähte Seite, weil dies wäre jetzt quasi die Innenseite, die wir versäubert haben. Und hier haben wir es dann sauber und ordentlich. Ja, soweit zum Einfädeln. Wir haben heute einfach mal die Kürzner 788 eingefädelt und gezeigt auf ein paar Kleinigkeiten, die ihr da achten solltet. Die Maschine könnt ihr natürlich bei uns im Online-Shop und im Ladengeschäft erwerben. Der Nähprofi. Wer näht, kennt Fred.